Ja, ich nicht. Ich hab da immer noch mein Frühstück weg für 100 Stunden. Das ist mir richtig ekelhaft. Oh, das ist so widerlich, wenn Müsli oder Kornfleck so richtig durchgeweicht sind. Ich lass dir kein Essen verkommen, du. Ich frag mich ja, löst sich das dann in die Milch? Also so schlimm ist es dann doch nicht. Aber es wird schon ziemlich milchig. So ein bisschen wie Milchreis. Nur ohne Reis. Oh. Taschenrechner. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. So, lauf. Warte, 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 warte. Okay, starte. Los. Hä? Hast du wie der Tag ist? Ja. So, das probieren wir nochmal. Eins, zwei, drei. Moment, Moment, Moment. Das müssen wir theoretisch so machen wie im Film. Okay? Ich wollte eigentlich so einfach machen. Eins. Achso. Nur romantischer. Wir sind wie im Film nur romantischer, denk ich mal. Zumindest unsere Bots. Habe ich gerade da ein Portal hingeschossen? Nee, das war es schon. Ich habe da hinten gerade ein Portal hingeschossen. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Ja. Tatsache. Sehr witzig. Was müssen wir eigentlich machen? Na, keiner. Wo müssen wir hin, ist die Frage. Hier ist ein Knopf. Knopf! Da tickt eine Uhr. Das ist das Krokodil. Da kommt ein Companion Team. Können wir den irgendwie retten? Ah! Ah! Ich verstehe. Ich verstehe. Man muss sich da raushauen irgendwie. Man muss sich da raushauen irgendwie. Ja. Und ich weiß auch wie. So. Glibber. Geh jetzt auch. Achso. Entschuldigung. Ja. Ja. Äh, selber? Ja. Ja. Nein, er muss den Held aus. Ja. Weißt du, was auch mal witzig wäre? So, ne. Das geht rein. Explodierende Handgranaten. Äh, gezielte Sprengung.de. Warum mache ich eigentlich irgendwas? zusammen die ganze zeit das andere ist egal so jetzt aber ja so ist gut so jetzt wollte ich da auch meine meine beiden haben das verdammt interessant weil jemand muss ja noch ein knopf drücken ich laufe währenddessen drückst du den knopf dann sprints über das gel und machst da das ding hin so da das ding hin und go ich muss das rote ersetzen war aber gut ist darauf dass du zuerst den knopf drücken muss dann rennst du zurück und ersetzt das portal und hier fehlt ein rotes welchen knopf genau den ok du rennst jetzt zurück und ersetzt das portal durch das rote also da und ich warte doch dass ich einmal neue ding jetzt ich renne so lange schon mal wann muss ich bitte den ding rausfallen lassen und den kann ich jetzt schon raus lassen ja ok nein es hat nicht funktioniert wird dir schon schwindelig ach so den knopf musst du dann rausfahren lassen wenn ich oben bin den die box musst du rausfallen lassen wenn ich da oben stehe ich muss hin und zurück rennen ok moment ich muss das rote neu setzen ok erstmal ausklappen so dann das portal so und jetzt das ding lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, lauf zurück, du hast es geschafft hier rein falls ihr beunruhigt seid wegen der menschen, nicht alle sind monstern nicht? die meisten sind gute Testsubjekte ich glaube auf 1.000.000 gute Testsubjekte kommt etwa ein monster das geht ja sogar das geht echt und ich glaube ja man fällt da gar nicht so lange runter wie im ladebildschirm gezeigt wird sondern da ist einfach eine platte unten drin und wenn der ladebildschirm zu spät startet dann fällt man da einfach rauf ähm ok das ist eine gute Theorie nehm ich an die menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingeben habe die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingeben habe die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingeben habe die müssen also das manuelle Schließungssystem direkt an der Tür den hole ich mir aah so geht das natürlich auch ich wollte ihn jetzt wirklich tacklen enttäuscht mich nicht findet die Tür zur Tür oh nein 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 verdammt lass den mal los Würfel Würfel ähm ja das ist ja wohl recht ach cool Mann liebe Würfel ähm brauchen wir den? bestimmt ja das wären natürlich blöde ach hier kommen Würfel raus nur nur die Frage ist ach ne da kommen wir raus oder wie war ja da kommen wir raus ok ähm wir brauchen das Gel hier das Speed Gel ja nur wie kommen wir ach so warte mal lass mich mal ran oh ok ich guck mal gerade ok mach mal schieß mal das raus hier ah ok ok kannst du das da irgendwo raus schießen und ich stelle mich schützend vor den blauen Fleck einmal noch äh bisschen tiefer also wir brauchen jetzt noch ein bisschen ach so na perfekt nein 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 alles gut oder willst du nochmal ganz oben ja naja na gut ja los gehts wieso ich probiere ja immer noch dich in der luft zu greifen und dass du dann stirbst aber ja ja das ist mal nicht so einfach äh da unten ein Portal und 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 hier vielleicht und hier vielleicht ach verdammt dann mach du deine Portale mal da und da wo und wo da hinten musst du einmal durch meine Portale zurück glaube ich jo spring mal rein hey ich bin drüben ja ich auch aber du hast den Kopf gestoßen ja oh ne Tresortür guck war das nicht doch hier hä wo erkenne ich das in der Kampagne gibt es eine große Tresortür ja achso ja guck sag ich doch da müssen wir glaube ich rüber ja die sieht man in der Kampagne nur da kann man nicht rein oder ne ne in der Kampagne gibt es so ne so nen Deckel äh der ausgeklappt wird da geht man dann durch wieder zurück zu Wheatley ah ja komprendino ich würde hier gerne rein geh nicht ich bin hier in einem Gelraum was wo so und der ist voll gegen die Wand bam ja 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 ich bin genau hinter dir ich bin hinter dir ich bin hinter dir schon lange weg oder nicht kann man eigentlich nehmen kann ich zweimal mit sich im selben rauchen gerade so und nun warte mal wir müssen da hoch glaub ich wo hoch da stimmt wofür ist das hier da das haben wir ja auch schon gefragt ich hätte gerne echt so ein Gel so also du machst dein Portal hier ne ist hier irgendwo ein Portal ich hätte gerne so ein Gel Ding an meinem Auto dann würde ich das immer vor mich auf der Straße spürzen und dann geht ab geht da irgendwo ein Portal ne ne schade ne weil wir brauchen das gel ähm hab was ausprobiert hört auf damit ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen ok ich guck mal ob es vielleicht in dem anderen Teil das gibt was ist das denn hier hier ist ein Knopfbaum achso da kann man da oben rüber durch ok das heißt wir müssen erstmal in der Tat den anderen Raum lösen irgendwie ich hab da was geschafft nice kannst mit äh kannst den Weg eines ich bin grad ziemlich hoch geflogen wieso ist die Wand hier angeschrägt wahrscheinlich weil man damit irgendwie den das Gelzeug hier hoch kriegen soll da hoch ja ja warte mal ne das hatten wir ja schon oder mh ich will mehr Gel sag mal kannst du mich eventuell in der Mitte des Raumes hoch schießen kann ich machen nein aber genau so geht's weil da oben kann man dann ein Portal platzieren ok dann ähm ok perfekto war gar nicht so schwer und hier ist der Würfel den wir in dem anderen Raum brauchen dafür müssen wir hier rüber warte mal mach hier durch mit dem Würfel am besten da komm ich noch nicht ran deswegen wollte ich eben ein bisschen Gelee holen lass mal das hellblaue da so den kann man dann dann falsch da runter gleiten lassen hoff ich nice ho 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 meine Nase juckt ok wir brauchen hier wohl auch Gelee wir brauchen hier wohl auch Gelee ich fass das ich mach das mal bleib du mal zur Sicherheit hier oben wieso ist hier ein Pfeil wieso ist hier ein Pfeil ist der verwert nicht dann wird doch wohl nicht da durch müssen oder ich hätte gedacht man muss hier rüber ja oh hier sind Laser bist du da unten und hier ist ein Abgrund mit äh Dingens hopp nein ah und da sind wieder Nummern das ist ein Abgrund ja keiner nimmt nichts sehen fällt man da auf oh ja ein bisschen dunkel und irgendwas passiert wenn das runterrutscht guck mal nach warte ich guck mal nach aber sorg dafür dass es nicht komplett runterfällt rotierende Metallplatte stopp steht hier ah nee guck mal guck mal bei mir ok die Dinger werden dann ausgeklappt ok geht da mal rüber mach nochmal die 1 blockier nochmal die 1 nein es wird immer nur kurz ok 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 sag Bescheid wenn du bereit bist ich sag Bescheid wenn ich wieder bei dir bin ja du musst ja erstmal da hoch das schaffst du nicht alleine oder? mach mal ein Portal da unten irgendwo oh yeah man kann ihn ja hier runterrutschen lassen ja funktioniert das dann genau hm ich muss mal gucken dass ich hier wieder irgendwie hochkomme so wo bist du? da unten Moment wo ist was das hier für ein Portal? rot danke sehr und jetzt mach ich wieder mein gelbes hier hin so wo ist denn der Würfel? er ist hier so man kann ihn hier runterrutschen lassen dann werden die alle nacheinander ausgefahren und wieder eingefangen genau das wollte ich gerade sagen als du mich umgebracht hast genau bist du bereit? ja ok pass auf ich glaube wir müssen das beide gleichzeitig machen weil da sind dann zwei so eine Hebel die wir gleichzeitig runterdrücken müssen ah ok dann hole ich den warte kurz ach ne der Cube ist jetzt weg wir brauchen einen neuen Cube ja hol mich mal wieder nach oben hm ich bin dabei ok ok ist das für ein Cube? ne ich hole ihn das würde ja nicht schön da essen beziehungsweise jetzt muss ich ihn ja erstmal wieder schlüpfrig machen das war nicht das richtige kommst du soll ich den übergangsmandat über überhang mandat ja kannst du mir gerne weißt du dass es eigentlich auf englisch hangover mandat heißen müsste aufgefallen überhang so bereit ja wo müssen wir hin wo müssen wir rüber wir müssen dann darüber und gleichzeitig die hebel drücken okay ich steh bereit du fängst an weil wir ja beide hierher müssen ich nehme links und du nimmst rechts okay 123 ist ich habe ihn noch gedrückt gekriegt ich wusste nicht dass das ding auch unter fährt doch die fahren beide runter ich weiß nicht hast du den hebel noch drücken können ich weiß es nicht ich habe irgendwas gehört aber ich glaube es war nicht meins jetzt sind wir beide weg das heißt wir müssen jetzt holst du den schlüpfrigen ball wieder ja kein ball ist ach ich muss ja andersrum du schlägst dir immer irgendwie dein bein kaputt wenn du da runterfällst oh nein du bleibst hier okay ich lasse ihn gehe schon mal in position ich lasse ihn jetzt rutschen ich nehme nach links ok auf 3 1 auf die plätze weil ich ja irgendwas hat funktioniert die tür ist offen weiß und hier kommt ganz viel geld runter das ist auch gut aber ich gucke mal gerade was es hier mit der Tür auf die plätze hier ist blauer für die europäische das brauchen jetzt enttäuscht mich nicht ach du kacke ich will mich auch verkackt ein türme im ernst türme ich kann mir das wieder in die röhre reingehen lassen Hilfe 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 Aaaaaaah Ich wurde auseinander geschossen Ohohohoh ne die sind gut die Türme die sind irgendwie stärker als uns das ist Thank you for keeping our enrichment spheres clean ach das ist ja witzig ja aaaah die sind los das ist die Türme OOOH Mach mal irgendwie, dass das Gel da reinkommt. Glaube ich, oder? Warte. Kann man das... Ich habe eine Idee, warte mal. Guck mal, ob du hier mit da oben reinspringen kannst. Komm mal her. Da oben reinspringen? Bis drüben? Ja. Wie? Was? Hey. Komm auch mal mit rüber und lenke die Türme ab. Wie? Ja, einfach hin und herspringen. Aber die vor mich doch... Oh, das sind Ultratürme. Ich habe auch das für diesen Stärker, ne? Sind die fett, zufällig? Keine Ahnung, das sind so schrottige Türme. Ich habe, die fetten Türme hätten irgendwie mehr Kugeln in die Tür. Was bringt das hier eigentlich? Damit klappst du das um. Warte mal. Wir müssen es irgendwie schaffen. Ich habe eine Idee. Und zwar... Müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass das blaue Gel hier rausfällt, dann da rausfällt und in der Zeit... Das kannst du ja schon mal eben machen. Genau, genau. Du kannst schon mal machen, dass es hier und da ist. So, halt das mal aktiv und dann während es fällt, gehe ich rüber. So, alles durch. Dann mache ich das so und so. Und wenn ich Stop sage, dann lässt du den ganzen... Ach, das ist doch ein Scherz. Äh... Ja? Äh... Eigentlich... Ja, wir müssen jetzt los. Okay, ich komme. Gut, dann... Crap. So, jetzt muss ich mein Auto wirklich abholen. Vorhin, das war irgendwie Fehl-Alarm. Das war so... Ja, dann... Äh... Machen wir einfach mal eine Aufnahmepause und ich bleib hier stehen. Wann bist du wieder da? Ähm... Oh, shit. Ich muss ja gar nicht noch Schlagzeug unter euch geben. Heute Abend erst. Wollen wir dann diese Kammer nochmal machen? Eigentlich war die ja nicht schwer. Ja, stimmt. Okay, dann, ähm... Ja? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.